Gute Seminar, Programme schreibt. Wir zeigen Ihnen in diesem Workshop, wie man einen guten Text erkennt, wie man einen guten Text verfasst, wie man im Arbeitsalltag Schreibblockaden überwinden kann. Wir schauen uns Best Practice, wir schauen uns gute Texte an, wir schauen uns schlechte Texte an und wir machen auch eine gemeinsame Schreibübung und Sie werden am Ende des Seminars fertige Textbausteine mit nach Hause ins Büro nehmen können, wo Sie gleich am nächsten Tag damit arbeiten können.